Applaus 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 Ah, Telefon Applaus Praxis-Doktor-Medall-Gemeinlieg-Professor Podolski-Uni-Studium-Nase-Norahals-Gynäkologie-Im-Näben-Fach-Urte-Lalyser-Güütti. Wie? Nein, jetzt habe ich Ihren Namen nicht ganz verstanden. Im Wartsaal waren Sie wieder am Lachen. Sie, ich bin beim Telefonieren. Ja, ich meine es ernst. Ja? Nein, ich kann Sie nicht verbinden mit dem Herr Doktor. Er ist gerade schlecht gelaunt, ja. Wollen Sie das wieder fertigen? Das weiss ich doch nicht. Ich sage Farsi Triada. Nein, das Pass by Sighter ist noch nicht da, ja. Ja, Sie haben beide Wege. Kennen Sie den? Haben Sie kurze Zeit? Nicht? Egal. Ja, kennen Sie den? Sind Sie wohl vier Ärzte miteinander zum Mittagessen? Dann habe ich gesagt, Kennen Sie? Ist doch mir egal. Ja. Und dann ist der erste Arzt aufgestanden. Das war der Augenarzt. Und dann hat er gesagt, Kollege, das Mann hört sich. Nein, nein, ist noch nicht fertig. Nein, 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 nein. Ja. Und dann ist der Ohrenarzt aufgestanden. Und dann hat er gesagt, Kollege, das Mann hört sich. Ja, ja, absehbar. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja. Und dann ist der Urolog aufgestanden. Und er hat gesagt, ich verpisse mich. Und dann hat er gesagt, du grüße die Frauen und ich schaue sie wieder einmal ein. Ja. Ja. Ja, hat er. Ja, hat er. Ja, ja, ja. Ja, nein. Die Leitung 2 ist gerade am Blinken. Ja. Nein, ich muss sie aufhängen. Hm? Wie? Auf was? Ah, auf wieder schauen. Ja, ja. Minerzwege. Praxis Doktor Meda. Allgemein liegt Professor Badolfski. Unistudium. Not nur da. Oh nein, jetzt bin ich draus gehett. Äh, rufen sie später nochmal an. Ursula, jetzt muss ich konzentrieren. Ursula, du kannst das. Das Einzige, wo du kannst. Ganz ruhig, Gott sei Dank, ich komme nochmal. Du musst einfach ganz tief ein-snoof. Praxis Doktor Meda. Mein liegt Professor Badolfski. Unistudium. National Oralsgenäkologin. Einfach Ursula. Grüße. Jetzt ist es gegangen. Ja, ich bin auch froh, dass ich durchgekommen bin. Ja. Mhm. Ja, soll ich sie mit dem Herr Doktor verbinden? Oder wollen Sie jemanden, der von Problemen nicht gehört? Oh, jetzt ist er gerade reinkommen. Ja. Nein, ich verbinde sie gleich. Ja, nur momentlich. Ich verbinde sie gleich. Wieder hören. Ui nein, jetzt habe ich aufgelacht. Schau. 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 Viertel ab 9. 9.15 Uhr. Ja, das ist das Gleiche. Affetranger, he? Herr Affetranger. Herr Affetranger. Herr Affetranger. Sie können Platz nehmen. Herr Doktor kommt gerade. Nur ein Moment. Wie nächst. Lager. Vielen Dank.